Das neue Zeitalter, Age of Heroes in Conan, hat seinen Namen von den neuen Questlines erhalten, die wir in den Exile Lands spielen können. Auf Sigtar haben wir die Quests aktuell leider nicht. In diesem ersten Kapitel des neuen Zeitalters bekommen wir zwei neue Gefährten, Freya und Leofy. In weiteren Kapiteln sollen weitere Gefährten hinzukommen. Wir können die Questlines mehrmals machen und die Gefährten mehrmals bekommen. Das ist insofern interessant, als sie während ihr die Questline durchspielt, unterschiedliche Perks entwickeln können. Wir führen Gespräche mit den Questgebern und durch die Antworten, die wir auswählen, entscheidet sich, welche Perks sie entwickeln. Das heißt also, wenn du etwas anderes antwortest beim nächsten Mal, dann wird sie dadurch oder eher auch andere Perks entwickeln. Die neuen Gefährten werden zwar einzigartige Perks entwickeln, aber sie werden dadurch zum Beispiel jetzt nicht stärker als eure anderen Sralts, als eine Dalincia oder so, sondern sie haben einfach andere Qualitäten. Ich will euch hier natürlich nicht zu viel über die Quests spoilern, um euch auch nicht den Spaß zu verderben, das selber zu entdecken. Zudem bin ich hier auf dem Beta-Server in einige Schwierigkeiten geraten, so kann ich Freyas Quest auch nach 24 Stunden nicht weiterführen. Sie hat sich irgendwie in dieser einen Questleife aufgehängt und bei Leofy hatte ich diese Schwierigkeiten nicht. Er macht, was er angekündigt hat und erscheint in meiner Base, um mir weitere Quests zu geben. Ich habe mal so ein bisschen das Forum dazu gecheckt und Freya scheint sich in sehr unterschiedlichen Stadien ihrer Questline irgendwie, ich nenne es jetzt mal, aufzuhängen. Naja gut, aber dafür machen wir ja die Beta, um solche Bugs zu finden und ich hoffe doch, dass das behoben wird. Wir finden Freya an ihrem üblichen Platz, hier oben im Norden, in G9. Und Leofy finden wir hier in Dagon's Umarmung, auf diesem kleinen Landstück hier in O6, O ist es, O5, in O5. Aber im Moment mag der auch nicht mit uns reden. Bisschen gruselig, wie der da so in diesem Ding drin steckt. Das heißt, für Leofys Questline geht es Richtung Zaubern. Das heißt, ihr werdet eigentlich dazu angehalten, von ihm zaubern zu lernen. Es ist sozusagen ein neuer Einstieg in das Zaubern. Bisher haben wir ja irgendwo einen Zettel gefunden, da stand drauf, wo wir hingehen sollten, um zaubern zu lernen. Und jetzt ist es so, dass Leofy uns den Ort nennt, an dem wir das Zaubern erlernen können. Und dann geht es weiter in seiner Questline. Und er gibt euch Aufgaben. Was ein bisschen blöd war, er hat mir eine Aufgabe gegeben, wo ich vier verschiedene Sachen für ihn holen sollte. Und ich hatte dann das nicht so schnell mir alles gemerkt. Und als ich wieder zurückkam, um ihn nochmal zu befragen, war da keine Möglichkeit mehr, dass er mir nochmal gesagt hätte, was ich noch besorgen soll. Und ich habe das dann in meinem aufgenommenen Video nochmal nachgeguckt, was ich eigentlich für ihn besorgen soll. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn diese Liste erscheint. Wobei ich denke, da wird es hoffentlich dann eine Option geben, dass man das nochmal nachlesen kann, dass man weiß, was er von uns haben will. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Living Settlements funktioniert, dann schaut doch mal in mein anderes Video rein, das ich euch hier verlinkt habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Machs gut, bis dann und ciao.